Westküste FM, der Buchtipp, heute von Gabriele Scheller. Anja Jonolait, das letzte Bild, erschienen bei DTV als Hardcover, 22 Euro. Die Besprechung kommt von Hedda Jensen. Morgens, kurz vor Schulbeginn, in einer Bäckerei. Als Eva eben die Brezeln für ihren Sohn bezahlen will, entdeckt sie auf der Titelseite einer Zeitung die Phantomzeichnung einer jungen Frau mit der reißerischen Schlagzeile. War die unbekannte Tote eine Deutsche? In dem Artikel geht es um einen Jahrzehnte zurückliegenden Kriminalfall aus Norwegen, der niemals aufgeklärt werden konnte. Der Anblick ist für Eva ein Schock, denn die junge Frau auf dem Bild ähnelt ihr selbst. Noch mehr aber ihrer Mutter Ingrid. Doch Ingrid, die sonst so sanfte, freundliche, reagiert zunächst schroff auf das Zeitungsbild. Bald erfährt Eva, die von Beruf Sachbuchautorin ist, so auffüllende Details über die Kindheit ihrer Mutter während der Wirren des Zweiten Weltkriegs, dass sie überstürzt nach Norwegen reist, um eigene Recherchen über das Schicksal der Isdal-Frau anzustellen, die 1970 in einem abgelegenen Tal ums Leben gekommen war. Eva nimmt Kontakt mit der dortigen Polizei auf und reist an die Orte, wo die junge Ausländerin, die damals mehrere Pässe besaß, gesehen worden war. Gab es eine Verbindung zu Evas Familie und ein mit allen Mitteln verbordenes Familiengeheimnis? Als Leserin begleitet man beide Frauen in wechselnden Kapiteln und beide Handlungsstränge überzeugen absolut. Dieser eindringliche Roman, der übrigens auf einem wahren Fall beruht, kommt als absolut glaubwürdige und spannende Spurensuche daher und hat mich von der ersten Seite an nicht mehr losgelassen. Das ist die Vorstellung in wechselnden Kapiteln.